Lassen Sie sich verwöhnen im Restaurant Röperhof. Im reetgedeckten, denkmalgeschützten Bauernhaus von 1759 heißen wir Sie willkommen. Die traditionell geführte Gastronomie bietet Ihnen in vier liebevoll eingerichteten Bauernstuben, der großen Tenne und dem ausgebauten Pferdestall täglich einen vielfältigen und raffinierten Mittagstisch. Unsere Abendkarte erfüllt Ihre kulinarischen Wünsche. Von Hummerschaumsuppe über Seeteufelfilet bis hin zum perfekt gebratenen Lammkarree, ebenso versüßen Kaffee und hausgemachter Kuchen Ihren Nachmittag. Hanseatische Eleganz und die kunstvolle Tradition des Genießens lassen Sie den Alltag vergessen. Der Röperhof ist optimal geeignet für festliche Veranstaltungen. Bis zu 120 Gäste finden bei uns Platz. Schöne Momente, edle Tropfen und Feines aus der Küche. Restaurant Röperhof, wenn sich die Liebe zum Detail mit dem Blick für das Wesentliche verbindet.